Ja, Mann, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Ace unterwegs und wir haben folgendes Setup. Schnell und leise, elterliche Fürsorge, Täuschung und Frontal. Und wir sind heute wieder mit einer SWF unterwegs. Lieschen, Gnick und Master DLX. Ich würde sagen, wir legen einfach los, Leute. Viel Spaß mit der Runde. Wir laufen die Runde. Ja, eigentlich super. Wir sind bis jetzt alle nicht entkommen. Außer Max eben mal eine Runde. Ja! Ich bin mit Lieschen auch schon mal raus. Ja, stimmt. Du bist voller Anti-Made. Du gehst ja dauernd raus und lässt uns alle sterben. Jetzt verstehe ich. So, schnapp dir den hässlichen Grenz. So, let's go. Ja, ich bin safe. Und hey, der ist bei mir. Wie, der ist bei dir? Oh mein Gott. Ja, ich, ich, ja, ja. Das will ich nicht. Oh, der Ritter. Okay. Oh mein Gott, wie scherz ist denn der? Ich habe Leid. Hallo. Also unsere letzte Ritterrunde, die ist mir noch in Erinnerung geblieben. War die kalt? Ja, die war schon sehr wild. Da wollte er alle Leute sluggen. Oha. Der ist an mir. Der ist ja ne Killer. Wer hat mich geschlagen? Das ist frech. Ach, Olaf ist wieder am Jen. Okay, der hat von Olaf abgelassen, obwohl er twitchert. Der zittert an Paletten. Er hat mich angeguckt, hat den Sexy Mag mit twitchert. Mach ich nicht. Gar kein Bock drauf. Oh, ich bin tot. Scheiße. Er hat mich eingekesselt. Bist du dir sicher? Ja. Ja, schon. Ja, doch. Guck nochmal nach. Aber der zittert ganz komisch. Der verwirrt mich. Der wackelt immer so. Hin und her. Wisst ihr, was ich meine? Der hat einen zittrigen. Ja. Ich auch. Der ist halt schon einfach ein bisschen älter. Ach so. Der geht unter, wird kälter. Oder leckt der? Nee, der zittert einfach, ne? Das ist ein komischer. Komischer Typ. Er zittert hier. Aha. Das war aber Insinn abgehuckt. Oh. Oh, ich werde nicht getunnelt. Okay. Krank. Ah, hier. Ich kann dich heilen. Oh ja. Uh. Let's go. Ich kann mich gerne. Aua. Nimmt man mal mit, wenn man es kriegen kann. Warum seid ihr denn eigentlich alle verletzt? Außer Sea of 2022. Äh, ich glaube, wir sollten weiter. Hallo. Ja, wir müssen mal los. Ich wollte mal in die Party springen. Ich bin wieder der Einzige, der hier arbeitet, ne? Das machst du auch gut so. Ja, ich denke auch. Ah, der Dina hat uns nicht gesehen. Ich kann dich hochfallen. Nö, nö. Ich streike. Guck mal, Olaf dort. Der macht die Gens, Leute. Alter, ein Macher einfach. Immer diese Gen-Rusher. Ja, ist furchtbar. Hallo, ich bräuchte meine Heilung. Nein. Moin. Oh, der will mich so hoch. Ja, der hat aber Bock auf dich. Ich bin einfach in dem Profil. Oh, der hat voll den Overcharge dabei. Ich bin doch voll die süße Rebecca. Ich bin am Berg, Olaf, wenn du hier willst. Ja, du. Also, du bist schon wieder am Rennen. Ich bin am kaputten Pops-Dings. Das ist Betrug. Er schließt drei Etagen oben im Haus und er spawnt den Geist unten. Oh, du hast gönnt erstmal Sub. Was ist denn das für ein Geist da? Hilfe. Er schickt einen Geist los zu mir. Ja, dann unterhalte ich ein bisschen mit dem. Hallo. Er kommt. Aber ich habe einfach Sprint Burst, Freddy. Er kommt doch nicht. Macht Overcharge rauf. Ah, nee, er geht auf mich. Er geht auf mich. Einer von euch muss helfen sonst. Die Legends hat ihn provoziert. Bist du in der Nähe, Master, oder muss ich los? Nee, ganz weit weg, aber ich renne hin. Ich renne hin. Alles gut, ich bin gleich da. Ich muss hier eh weg. Ich muss hier eh weg. Ah, okay. Der Grenzer hat versucht abzuschmieren. Hat leider nicht geklappt. Wir können auch Max in die zweite Phase kommen lassen. Oh, ist das so ein weiter Weg. Oh, ist das so ein weiter Weg. Meine Arme. Er hatte Blut ist auch schon. Ich komme mit heilen. Ja, auf euch. Er schickt hier wieder irgendeinen Typen hinter mir her. Ich habe hier so Desperate Measures noch dabei. So, schnell rein. Ich bin heftig zum sein. Wer weiß. So, okay. Ich gehe wieder nach hinten in Jen weitermachen. Ah, hier ist auch noch einer. Wir sind jetzt an der Shack. Ah, okay. Aha, da sehen wir jemanden fluchen. Okay, das kann dauern. Der bereitet schon jetzt abschmieren vor. Ja, 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 ja. Naja, so weit komme ich doch gar nicht hier, Leute. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Oder willst du wieder ins Basement? Na, ist das hier an der Shack? Ja, das ist da. Dann ist die Antwort wohl ja. So, zwei Gems musst du noch tuten. Ah, eineinhalb. Eineinhalb sehe ich gerade. Da, wo ihr euch gehangen habt, da bin ich am letzten Jen. Ah, ich gehe da nicht down. Danke. Da, wo wir hinten geheilt haben, da bin ich am letzten Jen dran. Okay, nice. Ich habe leider keine Adre jetzt mehr mit. Ich habe mein Setup gewechselt. Oh, du hast keine Adre. Ah, ich hatte die ganze Zeit. Ah, nee, dann hast du es auch verdient zu sterben. Sagst du, wie es ist. Oh, da heult jemand. Ah. Oh, ich. Oh, ich bin die Gewisse. Entschuldige mir, du. Ich wollte nicht den Platz genau. Ach, jetzt kriegt der Diener mich hier. Ey, was ist da dahin? Adre kommt gleich. Grenz, pass auf. Oh, nice. Achtung. Neh mich. Du kommst jetzt nicht hierher jetzt, ne? Schade. Doch, doch. Ach, da vorne bist du. Steh auf, Grenz. Ja, ich habe kein Adre. Was ist das? Steh doch auf. Steh doch auf, du Sack. Mann, ey. Du schickst auf, du Scheißen. Entschuldige, Butter. Entschuldige, Butter. Der ist richtig schnell. Warum ist er so schnell? Weil er Nöte hat. Ich meinte den. Der kann doch gar keinen Nöte haben. Hat er Scrin-Ghost? Hilfe. Nein. Naja, du bist zumindest mal um. Dann muss er aber los hier. Ich würde sagen. Wir gehen einfach wieder hinter mir her. Er lässt einfach Max liegen. Ich bin an einem Ausgang und werde diese Runde vielleicht sogar entkommen. Nein, 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 nein. Du kommst wieder und rettest mich. Aber ich mache 99%igen hier. Komm, dann kann er Grenzen noch wegklatschen. Warte, wenn du mich heilst, dann können wir ihn sogar nach Hohe. Ja, aber ich könnte ihn jetzt auch einfach blockieren. Ich kann mich einfach selber heilen. Ach, verdammt Scheiße. Ach, jetzt habe ich es rausgedrückt. Verdammt. Oh, ich habe es versehen in den Ausgang geöffnet. Oh, ich drücke aus Versehen W und gehe raus. Ich mache mal den anderen auf. Ich habe aus, dass er nicht draußen gegangen ist. Ich habe auf Wege gedrückt. Ja, wenn wir jetzt alle da rangehen. Aber Max ist jetzt zweimal entkommen. Eigentlich müssten wir jetzt auch mal entkommen, oder? Ich glaube, wir entkommen halt auch alle. Wir warten einfach, bis sein Diener da weg ist. So, ich nehme ihn mit. Ich mache ihn auf und dann lasse ich mich upgraden vom anderen. Okay, ich habe ihn mitgenommen. Lisa, du müsstest hier jetzt herkommen, sonst wird es eigentlich... Nee. Ich habe kein Skillset verkackt. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Ja, okay. Ande weg ist er. Let's go. Nice. So, kommt mir entgegen hier. Dankeschön. Oh, er schickt hier so einen Ritter. Dieser blöde Geist. Wir können ja auch zum anderen eigentlich. Die ziehen auf mich hier? Er muss eigentlich nur, genau. Er muss eigentlich nur jemanden ziehen, der halt nicht verletzt ist. Das ist alles gut. Alles ist gut. Oha. Aggressiv. Er hat mich noch aufgesammelt. Bin nicht ankommen, leider. Endlich mal rausgekommen. Leute, wir haben schon so viele Runden davor gespielt. Und irgendwie wurde ich immer weggetunnelt, in den Keller gepackt und da dann bekämpft. Es war auf jeden Fall wild. Ich habe mich gefreut, endlich mal das Tageslicht zu sehen. Beziehungsweise das Kämpfeuer. Naja. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst ja, was du tunest. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.